Ja, hier sehen wir also den Grenzstein zwischen Baden und Württemberg. Links geht es nach Württemberg, rechts geht es zurück nach Baden. Ja, da kommen wir her. Also wir haben die Pfinsbrücke überquert. So, hier ist der Weg. Hier müssen wir her. Ed hat den Weg zur Quelle gefunden. Wir müssen wieder zurück. So, hier ist die Pfinsbrücke.